Wir starten den Part jetzt mal ein bisschen anders und ihr seht vom ersten Rennen die Resultate sozusagen. Und ja, damit willkommen zum nächsten Part von MKW. Ja, wir sind sozusagen jetzt im zweiten Rennen schon von dem Raum hier. Sollte kein Problem sein, die Resultate, die hat sich eben kurz angezeigt und ja, los geht's. Wir sind immer noch im Raum vom Kornel und vom Volo und vom Vexter und vom Lix und vom... hast du nicht gesehen, wie es alle heißen? Prominente Leute. Noch und nöcher. Was will man mehr? An einen schönen Samstag. Am frühen Abend, würde ich mal sagen. Wir haben es jetzt so circa 22 Uhr, glaube ich. Das passt. Wir haben eine relativ milde Prise Luft. Ich habe meine Balkontür auf. Die ist direkt rechts hinter mir. Und mir bläst sozusagen der sanfte Sommerwind. Boah, von hinten in die Nacke. In den Nacken. Ich habe nur einen Nacken übrigens. Okay, Lambo zieht rüber. Grunde auch. Respekt haben sie von mir. Boah, Dexter. Kein Scheiß. Ich mag dich eigentlich. Zumindest noch. Okay, Lambo. Dich, äh, nehme ich mal sozusagen vergewaltig mal. Okay, jetzt habe ich, ja... ...und ein paar Leute plattgebrochen. Boah, wieso drängelt er mich denn weg, wenn er klein ist? Ist das denn der Wahnsinn hier? Dankeschön. Oh, Dexter, mein Freund. Da bist du ja wieder. Ohlo, so geht das nicht. Na, mir kommst du nicht so einfach vorbei, weil... ...ich muss ja hier ein bisschen sozusagen die Mauer gerade stehen. Boah, da hat er noch drei Ratchet. Deswegen muss ich einfach mal sagen. Sehr gut, komm, 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 komm. Ja. Boah, ist so spannend. Wir haben... Natürlich wäre es jetzt ziemlich kacke. Ich glaube, es hat einer einen Schock. Kannst du mir jetzt erzählen, was du willst? Aber irgendjemand geiert hier. Dass er den Schock einsetzen kann und heißt das Ding natürlich. Ich wusste es. Ich wollte jetzt gerade sagen, setzte die drei Pilze ein. Setzte nicht ein. Wohl, ähm... Kornel hat den Schock gut gedodget. Mit irgendwelchen Items, ich schätze mal den Maxi. Okay, wir halten uns jetzt... Boah, schnappen wir nicht das Item weg? Dankeschön. Auf Platz vier sind drei... Okay, ich wollte sagen, drei Pilze möglich. Voll vor. Okay, genau die Banane getroffen. Natürlich ziemlich kurios. Ja. Boah, der Kornel geht ab nach vorne. Ja. Okay, kriegen wir trotzdem nicht mehr, aber... Ja, gut. Waren trotzdem nicht schlecht, die drei Pilze. Dann hätten wir nämlich jetzt die drei roten gefressen. Die fressen wir jetzt zwar auch, aber erst hinter der Ziellinie. Geiler Shit sozusagen. Boah, sechs Punkte. Die hauen wir uns einfach mal in die Tasche und... Ja, sehen wir uns dann gleich im nächsten Rennen wieder. Ja, ich habe zwischen den Pausen immer mal kurz den Stream an und... Gibt halt immer so lustige Fragen im Chat. Und zwar war die Frage eben, ob ihr euch als Let's Player gut findet. Wolo sagt, er findet sich nicht gut als Let's Player. Und Kornel meint eben noch zum Schluss, dass... Ja, dass wenn er andere vergleicht jetzt mit sich, dass er sich auch nicht gut findet mehr. Aber er hat halt die Leute auch dann nur sozusagen verglichen. Also er hat sich mit den Leuten verglichen, die auch ein bisschen professioneller Let's Playen. Also er vergleicht sich da nicht mit jedem. Der Luca zum Beispiel guckt, ähm, den Kornel gar nicht. Das ist ja Geschmackssache. Er muss ihn nicht gucken, ganz klar, weil... Das hat halt... Oh, danke schön. Hat halt jeder noch mal einen anderen Geschmäcker. Und ich finde eigentlich, der Kornel, der passt direkt so... Er hat halt einen ziemlich guten Humorgrad, der aber jetzt auch nicht so ganz, äh, pervers ist sozusagen. Kommt eigentlich alles so ganz gut rum, was er da so bringt. Ist auch ein Let's Player, den man so nicht findet. Also hat jetzt keinen Doppelgänger, der so seinen Stil nachmacht. Kornels Welt kommt ja bald. Zumindest es wird ausgereibt, richtig. Er möchte sich jetzt, hat er vorhin erzählt, so... Wie nennt sich das? So Proteinshakes, glaube ich, kaufen. Und die dann trinken, zum Sattmachen. Für seine Diät. Da bin ich mal gespannt, was da bei rauskommt. Was da auf ihn drauf zukommt. Weil es ist gar nicht so einfach. Man denkt sich, ja, so eine Diät... Mach ich einfach mal, fang ich mal an. Und... Ja, am Tag geht das eigentlich immer so, finde ich. Aber dann, wenn's so abends wird und... Es wird halt gemütlich, man ist für sich alleine, sitzt so ein bisschen... Oder man ist zu zweit. Sitzt halt so ein bisschen, zockt eine Runde und kriegt dann auch ein bisschen Hunger. Appetit. Will was leckeres trinken zum Beispiel im Sommer. Ich hab keinen Bock immer nur Wasser zu trinken, obwohl das ja auch natürlich am, äh... Dorstlöschendsten ist. Wasser ist eigentlich gar nicht so verkehrt. Und ist auch relativ gesund. Denkt man nicht. Ist auch so eine Frage, was trinkt man, äh... Was ist gesünder Apfelsaft? Also 100%iger Apfelsaft oder ein Glas Wasser? Das ist halt die Frage. Man denkt halt immer, der Apfelsaft ist saugesund. 100% vor allen Dingen. Aber zum Beispiel in den 100% Apfelsaft ist ja auch... 50% Zucker oder so, wenn man's mal total übertreiben. Oh, der... Ich weiß jetzt nicht, es sah ziemlich krass aus. Der Lambo, es tut mir leid, wenn ich's jetzt vom Tier erwischt hatte. Oh, Lambo ist sogar noch Sechster. Sorry dafür. Aber ich hab noch auf den Dritten gegeiert. Und ja, ist noch Dritter geworden. Wohle auf Platz 1, Dexter 2, Maxi, JRPG, auf Platz 3, äh... 4, Entschuldigung. Ja, sagen wir, Cornel, Lambo und der Player. Auf dem letzten, glaub ich. Ja, hat nur einen Punkt. Ja, so, ich hab mal sagen, ähm... Was kann man jetzt anschneiden? Also es gibt neue Themen, es gibt News von Nintendo. Das könnte man anschneiden. Und ich könnte so ein bisschen über mich noch erzählen. Sozusagen über mein Real-Life-Leben. Ich glaub, das, äh, ist am interessantesten für euch. Deswegen, würd ich sagen, erzählen wir mal ein bisschen über die News. So ein Dreckschwein bin ich, sozusagen. Aber... Ja, alles Stück für Stück und... Und deswegen fang ich einfach mal an. Und zwar gibt es jetzt in... Also Nintendo hat was Neues, möchte was Neues ausprobieren. Und das soll auch demnächst, beziehungsweise ist, glaub ich, schon in Japan gestartet. Und die würden auch gern, ähm... Ich vermute es zumindestens, das nach Europa bringen. Wie weit das dann sich durchsetzen wird, das ist natürlich erstmal erfraglich. Aber ich denke, im Laufe der Zeit kommt das dann auch zu uns. Und zwar geht es um... Um, äh, um eine Download-Offensive. Also sprich, es werden Preise gesenkt von Nintendo. Also in Japan... Wie gesagt, ist es ja schon im Gange. Also wir haben Preise gesenkt für Download-Spiele. Momentan, also... Momentan gibt es nur bestimmte Download-Spiele, wo die Preise gesenkt werden. Das ist einmal, ähm, Lego City Undercover. Was natürlich schon rausgekommen ist, was ich mir auch kaufen möchte und auch gern Let's Playen würde. Aber... Ist ja immer so eine Sache mit der Zeit. Und ich hab ja außerdem auch schon drei, vier Projekte am Laufen momentan. Deshalb, ähm... Ja, vielleicht später nochmal. Mal gucken, ob ich dann nochmal Let's Play mache. Auf jeden Fall ist das zweite Spiel, Pikmin 3, was noch nicht erschienen ist. Das soll gleich, ähm... Preis gesenkter sein. Zum, ähm... Oh ja, sehr gut. Zum Release. Und das dritte Spiel ist Wonderful One and One. Was soll ich, denke ich, auch was sagen wird. Erster Teil. Mal gucken, wie es läuft. Das soll auch übrigens um... Auch interessant. Die drei Spiele wären um 10% gesenkt. Also sprich, kauft man sich jetzt die, äh... Retail-Verpackung-Version im Laden direkt, dann zahlt man den Vollbereich. Also bei uns dann die 69 Euro. 59 Euro. Ich glaube, 9,50. Aber der Pilz ist gut. Vor allen Dingen geht's in dem Moment, aber ich hebe mir auf. Und setze kurz für ein Items ein. Da müsste es passen. Ja, man kauft sich halt, äh... Nicht die Spiele im Laden. Hat halt keine Verpackung. Kann sie auch dann nicht wieder verkaufen. Da Pilz ist nicht gut. Ich weiß gar nicht, ob der Kunde eingesammelt hat. Und als Alternative gibt's halt die Download-Spiele. 10% gesenkt. Also sprich, bei 59 Euro wären das dann ungefähr 6 Euro, die man da spart. Finde ich eigentlich eine gute Sache. Ich bin jetzt kein Freund von... Mann, schade, jetzt haben wir hier nicht letzter, siebter, okay. Ich bin kein Freund von Download-Spielen bedingt, weil ich finde das immer so, du schmeißt dein Geld, kaufst deine Karte virtuell und gibst den Code ein und lädst dir das Spiel auf die Festplatte. Aber so ein Festplattenspiel ist für mich kein Spiel, was ich in der Hand habe. Das ist vom Kopf her, ich sag mal psychologisch, ein bisschen nicht die feinste Art und Weise, die ich da bevorzuge. Ich habe halt das Spiel, ich geile mich da richtig drauf auf, wenn ich das Spiel stehen habe. Das macht mich... Ich weiß nicht, wie es euch dabei geht, aber so ein Spiel in der Hand zu haben und aufzumachen, so das Geräusch, das Bapp, das Klack. Und ich kann's euch mal kurz zeigen, das Geräusch. Einfach mal so aus Fun. Game at War, hab ich mir gehofft. Einfach mal... Ist das ein Geräusch? Und zumachen und... Klack. Und das riecht... Das riecht noch so neu, das Spiel. Ist einfach nur ein Traum. Und ja, wir sind eigentlich jetzt wieder Mittelfeld gelandet ungefähr. Und ja, das war der nächste Part. Ich verabschiede mich von euch. Macht's gut, bis später und ciao.